Musik Willkommen liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zur Neuheitenvorstellung von ESO. Denn Sie wissen ja, Anfang jeden Jahres präsentiert die Modellbahnindustrie ihre neuesten Modelle. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Jürgen Lindner. Er wird sich die Zeit nehmen, uns und ihm vor allen Dingen zu Hause die Neuheiten zu präsentieren. Da sind wir schon alle ganz gespannt. Ja, hallo erstmal lieber Frank, vielen Dank, dass wir das wieder wie üblich, wollte ich bald schon sagen, wieder machen können. Auch für die neue Saison 2023 haben wir uns natürlich ein paar Neuheiten überlegt. Weil ja schon bekannt ist, dass wir nicht alles sofort und gleich im Januar verkünden, so möchten wir doch die neue Modellbahn-Saison gleich mit etwas Farbe und mit etwas Abwechslung beginnen. Und so denke ich doch, dass das vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Da gibt er mir gleich das richtige Stichwort, Jürgen. Ich beginne mal die Neuheitenvorstellung und das mit den Farbtupfern, was er gleich präsentiert wird. Einfach mal so. Nie hat Rangieren mehr Spaß gemacht als heute. Dankeschön. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment für unsere Lokomotive, um die es heute hier gehen soll vorwiegend. Und zwar, das kann man ja glaube ich vielleicht im Hintergrund schon ersehen, es geht um unsere Privatbahn-Rangier-Diesellok Deutz KG 230. Diese Lok ist ja den vielen Modellbahnern schon bekannt, seit wir die das erste Mal im November 2021 in Dortmund vorgestellt hatten. Und sie fanden natürlich sofort reisenden Absatz und Anklang bei den Modellbahnern. Und so reift in uns natürlich sehr bald der Entschluss, noch weitere Varianten anzubieten. Bleiben wir erstmal bei der KG 230, bei der Deutz-Werks-Lok. Es gibt ja noch viel, viel mehr Farbtupfer, die werden wir alle heute sehen und auch besprechen. Für mich war das immer eine Brezel, schon bei der ersten Serie, die vorgestellt ist, wie man so viel Technik in so eine kleine Lok bauen kann. Ja, das war natürlich auch für viele erstaunlich und sozusagen auch ein Novum in der Industrie, dass man wirklich alle Funktionen mit Rauchgenerator und Digitalkupplung und so weiter auf so einem engen Raum unterbringen kann. Und jetzt ging es uns eben darum, dass wir für alle Epochen 3, 4, 5, 6, aber auch geografisch alle Nord-, Süd-, West-Mittel passende Lokomotiven anbieten können, so dass auch wirklich jeder die Privatbahn-Lok findet, die zu seinem Anlagenthema passt. Und vor allen Dingen, man sieht auch bei den Loks, ich sehe sie schon, Sie werden sie gleich sehen, die Deutz-Werks-Lok dann gleich mal rausfahren, die Deutz-Werks-Lok. Es ist nicht so, dass jede Lok einfach nur eine neue Farbe bekommen hat, denn jede Lok sieht tatsächlich anders aus. Ja, tatsächlich gab es kleinere Unterschiede vorne im Lüfter und die haben wir natürlich auch alle entsprechend umgesetzt. So, Frank, du darfst jetzt gleich mal mit der Deutz-Werks-Lok anfangen. Gut, ich hole sie mal ins Bild. Das ist insofern eine besondere Lok, als die natürlich der Firma Deutz als Demonstrator diente, sprich quasi als Werbung im Stil der 60er Jahre. Und die gefiel uns eigentlich sehr gut, weil sie halt auch dieses typische Deutz-Farbkleid trägt. Ansonsten hat sie natürlich alle Funktionen wie die anderen eben auch, mit Rangierkupplung, Rauchgenerator, Powerpack und die komplette Beleuchtung. Und hat aber allerdings auch ganz typisch dieses große Deutz-Schild vorne im Kühlergrill. Und natürlich nicht zu vergessen, dass die erwähnte Rangierkupplung, die ja auch eine Neuentwicklung war, also voriges Jahr glaube ich, die ja völlig anders konzipiert ist, da sie ja mit allen Kupplungs- oder Bügelkupplungen umgehen kann, beziehungsweise mit allen Kupplungen umgehen kann und die Lok dann die Wagen an- und abkuppeln kann. Und das macht ja eigentlich diesen Spiel Spaß bei diesen Lok-Druck. Ja, das stimmt. Diese abermaßen neu konstruierte Kupplung von 2021 kann mit jeder auf dem Markt befindlichen Kupplung jetzt endlich umgehen und ist darüber hinaus höhenverstellbar, um kleine sozusagen Ungleichheiten auszugleichen, die eben die Morgan-Hersteller eben manchmal haben. Und die kam sehr gut an bei den Modellbahnen. Eigentlich so gut, dass wir uns natürlich entschlossen haben, diese Kupplung jetzt im Prinzip in alle unsere Loks zu verbauen, welche eine Rangierkupplung haben. Das heißt also, jetzt mal weiter gedacht, könnte diese Kupplung auch an Streckenloks gebaut werden? Grundsätzlich ja, sie kann in einem NEM-Kupplungsschacht eingebaut werden. Wir bieten die auch sehr bald als Nachrüstset an. Ja, also wie gesagt, Deutsch-Werks-Loks, wir sehen sie gerade im Bild nochmal. Man sieht auch ganz deutlich die fein geätzten Trittstufen, Trittbleche zum Beispiel, Frontbleche an den Enden der Lokomotive. Sie werden dann auch gleich die Unterschiede nochmal sehen, wenn die anderen Loks kommen. Es gibt nämlich Loks dabei, die haben das gar nicht. Was ich ganz toll finde, dass ESO sich immer um das Personal gleich mit kümmert. Das heißt also, das Ganze kommt gleich mit Lokführer zu Ihnen nach Hause, liebe Freunde. Und damit ist das Ganze auch perfekt. Ja, als nächste Farbvariante, ich fahre das Ding mal ein bisschen aus dem Bild. Ich werde die mal nach rechts wegfahren. Das ist eine Lok, die im Vorbild in Frankreich zu Hause war, eine TSO. Weil Deutsch war auch sehr erfolgreich im Verkauf dieser Loks ins Ausland. Und auch dort gab es natürlich Industrieanlagen, die mit so einem Rangierdieselchen sozusagen die Werksverkehre bewältigt hatten. Und da wir ja auch international unterwegs sind, wollten wir auch unsere französischen Kunden nicht vergessen. Und haben diese wunderschöne TSO-Variante in der Epoche 5 uns ausgedacht und auch produziert. Ja, was man ja wissen muss, wir hatten das glaube ich auch damals, als wir die KG 230 generell vorgestellt haben, ja auch schon gesagt, liebe Freunde. Die ist ja faktisch in fast ganz Europa zu Hause gewesen. Ja, sie ist weit rumgekommen und erstaunlicherweise hat sie sich so gut bewährt, dass sie fast alle noch im Einsatz sind. Frank, was ich noch sagen wollte, bei der Lok sieht man jetzt sehr deutlich, der hat jetzt nicht die gleichen sozusagen Schutzgitter, also Umlaufbleche, sondern tatsächlich nur diese Haltestangen, weil das eben bei der Lok so vorbildtypisch war. Genau. Wir waren jetzt quasi in Frankreich, im Westen, jetzt gehen wir in den hohen Norden, ins Emsland. Genau. Auch dort gibt es natürlich Eisenbahnen und auch eine sehr schöne Farbvariante der KG 230 hat es zur Emslander Eisenbahn geschafft. Auch in der Epoche 5, also eine relativ aktuelle, die natürlich auch eben alle Funktionen hat der anderen, aber eben halt mit so einem rot-weißen Farbkleid vielleicht auch einen entsprechenden Farbakzent auf der Anlage setzen kann. Was mir auch aufgefallen ist bei den Lokomotiven, nicht nur, dass da unterschiedliche äußere Ausstattung ist, das mit den Haltestangen, was wir gerade bei der Deutz-Werks-Lok hatten, es gab ja auch unterschiedliche Motoren, das hat mir mal der Michael Rickel verraten, dass ja auch unterschiedliche Motoren drin waren, dass man da auch in der Geräuschkulisse, die sind ja alle mit Sound, die Lokomotiven sind ja eigentlich komplett ausgestattet, auch unterschiedliche Motorenvarianten zu hören bekommt. Es gab tatsächlich einen Luftgekühlten, das ist der Standardmotor bei Deutz natürlich. Alle Deutz-Freunde wissen, dass die eigentlich Luftgekühlt waren, aber es gab auch noch einen explosionsgeschützten. Der ist in dem Fall allerdings, glaube ich, nicht dabei, aber es gibt natürlich ein paar Unterschiede bei den ganzen Zusatzgeräuschen. Ein bisschen, was hat sich dann schon getan über die Jahre bei der epochengerechten Ausstattung. Natürlich versuchen wir immer, auch den Sound passend zu machen, ganz klar. Er hat mir auch verraten, dass zum Beispiel auch die Gesichter der Lokomotiven ja unterschiedlich sind. Manche waren mit Kühlergrill, manche waren mit ohne Kühlergrill. Bei der Deutz-Werks-Lok, die hat zum Beispiel gar keinen Kühlergrill vorn, aber es gibt ja welche, die haben so ein ovales Loch, wie so ein Lufteinlass vorn. Was war denn eigentlich original? Es waren beide original. Also es kam einfach darauf an, wann die die gemacht haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, warum es zu dieser Änderung kam, aber es gibt einmal diesen klassischen Ovalen mit diesen zwei Links- und Rechtslufteinlässen oder einmal, wie man bei der TSO aus Frankreich sieht, diesen ganz großen viereckigen Lüfter. Ich nehme mal an, das ist auch dem Lufteinlass geschuldet, weil es gibt die Lokomotiven mit 230 PS-Variante und mit 275. Richtig. Also insofern gab es da natürlich gewisse Leistungssteigerungen über die Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, die wurde in den 60er Jahren das erste Mal gebaut und der technische Fortschritt zu der Zeit war ja auch schon da. Ja, die Leute damals waren ja auch nicht dumm und haben sich immer weiterentwickelt. Richtig. So, das ist ein unheimlich interessanter, schöner Farbtupfer, was jetzt gerade ins Bild gefahren kommt. Das ist eine Lokomotive, die im Vorbild bei der Firma Railpro in den Niederlanden eben arbeitet und oh Wunder auch dort rangiert. Und auch das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass wir sehr viele Fans eben auch in den Niederlanden haben und die sich halt auch eine voll ausgestattete ESO-Lok mit Rangierkupplung sozusagen wünschen. Jetzt haben wir so nochmal ein Bild, diese markanten Schutzgitter für den Rangierer, wenn er da auf der Bühne steht. Genau. Da sieht man ja auch manchmal die Rangierer draufstehen, die dann diese Fernbedienung in der Hand haben. Geht das bei so einer Lok überhaupt? Die hat noch keine Fernbedienung. Wurde auch nicht zu machen gehen. Da bin ich jetzt überfragt. Also später haben sie die Rangierer sozusagen die Fernbedienung gekriegt, anfangs sicher nicht. Aber man muss natürlich auch zum An- und Abkuppeln letztendlich auf- und absteigen, weil das ist ja eigentlich bei so Werksloks üblich, da hat man nicht so viel Personal. So Jürgen, ich werde jetzt mal die Loks zurückfahren. Ich hatte ja gerade gesagt, wir haben noch mehr von diesen Maschinen zu bieten. Und in der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, mal so ein bisschen auf die Geschichte von ESO zurückzugreifen. Denn es wird den meisten vielleicht gar nicht so bekannt sein, denn euch gibt es ja erst seit 1996. Naja, erst ist vielleicht auch schon wieder ein Begriff, auch schon wieder ein paar Jahre her, das stimmt ja. Das ist richtig. Mittlerweile ist es ja dieses Jahr 28 Jahre. Wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Ja, 28 Jahre. Und das Interessante ist ja, liebe Freunde, dass ESO ja eigentlich 1996 noch gar nichts mit Modellbahnen im Kopf hatte. Das stimmt. Wir haben die ESO GmbH 1996 gegründet, mit der Absicht eben Sound- und Geräuschmodule zu bauen. Und zwar für mein damaliges Hobby für Modellschiffe. Das ist ja mal interessant. Dein damaliges Hobby. Das heißt also mit anderen Worten, du hast es nicht mehr? Ich komme eigentlich nicht dazu. Du kommst eigentlich nicht dazu? Nein. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es halt sehr viele Bagger-Szenen und die Radio-Controlled, also ferngesteuerten Sachen, waren schon immer mein Ding. Immer langsam, Frank. Nur warten. Nur warten. Ich will nicht so richtig. Ja, jetzt will ich schon. Wenn der Lok für alles richtig macht, dann will die Lok. So haben wir angefangen. Wir haben Geräuschmodule eben für Modellschiffe gebaut und haben das auch bis zum Jahre 1999 eigentlich nur gemacht und halt neben dem Studium. Das war also keine sozusagen tagesfüllende Tätigkeit zu dieser Zeit. Aber schon damals haben wir Originalaufnahmen von Loks, beziehungsweise in dem Fall natürlich von Schiffen gemacht mit dem Mikrofon und haben das digitalisiert und auf dem Flash-Speicher-Chip drauf gemacht. Also die Technologie war damals schon im Kopf. War damals schon da. Ja, richtig. So, und dann ging es weiter. 1999, wenn ich das richtig informiert bin, hattet ihr mit Lok-Dekodern angefangen. Genau. Wie kam es eigentlich zu der Zündung? Ich meine, es ist ja immerhin schon ein Unterschied, ob ich jetzt Schiff-Sachen mache oder ob ich Lok-Dekoder mache. Ein bisschen Unterschied ist da schon, oder? Ja, also sagen wir mal so, der Sprung vom Modellschiff zur Modellbahn war technisch gesehen gar nicht so weit, weil, wie ich schon sagte, die Technologie hatten wir also damals schon, die Basis-Technologie. Ja. Wie kam es dazu? Wir haben das eigentlich nur zufällig in Nürnberg gesehen, weil wir waren ja, oder ich war jedes Jahr in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und habe mir eben auch die neuen Schiffsmodelle angeguckt und habe mich dann eigentlich tatsächlich einmal in die Modell-Eisenbahnhalle verirrt und sah dann eigentlich, dass es da geräuschtechnisch nicht so wahnsinnig viel gab, was mich verwundert hatte, weil die Modellbahnindustrie war damals eigentlich schon recht innovativ noch und vielleicht auch ein ganzes Stück bunter als heute, wenn man es sieht von den ganzen Firmen her, aber es gab nichts, was mit Geräusch ansatzweise etwas zu tun hatte. Und so reifte der Schluss dann, wenn es niemand macht, müssen wir es wohl selber machen. Also war ein Grunde genommen, dass ein Glücksfall, dass du dich damals sozusagen auf der Nürnberger Spielwarenmesse verirrt hast zur Modellbahn und das war dann auch der Beginn in Richtung Modellbahn. Aber noch nicht ganz, muss ich sagen, denn ich hatte mir dann mal aufgeschrieben aus eurer Chronik, man kann es auch lesen, es ist erstaunlich, ihr habt 2010 euer erstes Modell rausgebracht, mit Sound natürlich. Das stimmt, wir haben von 1999 bis 2010, also in Anführungszeichen nur Modellbahn, Elektronik eben gemacht und der Entschluss ein eigenes Modell auf den Markt zu bringen, reifte eigentlich aus der Überlegung raus, dass wir einfach schlicht und ergreifend noch mehr Technik in so ein Modell einbauen wollten. Und die Gelegenheit war dann eben im Jahr 2009 da und wir haben dann eben die 215 gewählt, einfach deswegen, weil es in Ulm eben sehr viele gab, die waren da stationiert. Der Klassiker schlechthin. Ja, wir konnten da hingehen, um alle Maße abzunehmen und die Geräusche aufzuzeichnen und eine 215 beziehungsweise V160 Lok ist ja etwas, was jeder Modellbahner immer brauchen kann. Also die Lok ist ja eigentlich, ich sage es mal, als West-Lok der Klassiker, was für die Ost-Lok die Baureihe 118 die dicke Babelsberger war, letztendlich. So, liebe Freunde, jetzt haben wir erst mal an der Stelle einen Cut gemacht, was die Geschichte betrifft. Wir kommen gleich noch mal zu weiteren Dingen, die ESO dann in den Folgejahren gemacht hat und da sehen Sie jetzt, was ins Bild rollen. Die Lok dürfte Ihnen ganz bekannt vorkommen, liebe Freunde, denn das war auch unsere Aufhängelok, als die KG 230 generell vorgestellt wurde. Viele werden sich noch daran erinnern, da haben wir mit Hagen von Ortloff in Übersfeldige gedreht. Grüße Hagen. Und diese VW Werkslog, das ist kurios, gehört der Altmark-Rehl und ist vermietet an die Strabag. Da weißt du wieder mal mehr als ich. Jedenfalls natürlich nach diesem Video mit Hagen von Ortloff haben wir uns natürlich viele Leute gefragt, warum gibt es die Lok nicht genau so wie auf dem Video. Genau. Nun, hier ist sie nun mal, die Volkswagen Werkslog der Epoche VI, tatsächlich eine sehr moderne dann. Und wie du schon richtig gesagt hast, fährt sie auch so noch. Die kann man tatsächlich bewundern in Übersfeldern, also wer mal in der Gegend ist, kann die sich da im Bahnhofsbereich anschauen. Die gibt es wirklich original noch so wie sie ist. Dazu gibt es jetzt natürlich noch ein Pedon. Es gibt ja nicht nur ein VW-Werk, sondern es gibt ja auch ein Ford-Werk. Und die Lok hole ich jetzt gleich mal hinterher. Genau. Wir haben uns natürlich gedacht, wenn wir schon den Volkswagen-Fenz eine Lok machen, dann können wir die anderen Eid-Automobilwerke in Deutschland nicht ignorieren. Ignorieren, genau. Auch die Ford-Werke in Köln hatten natürlich, wie alle großen Industriewerke in Westdeutschland, Loks zum Rangieren. Ja. Und so kommen wir jetzt eben auch zu der Variante der Ford-Werke. Ja. Die ist jetzt allerdings von dem Vorbildzustand eine Epoche IV-Lok, klassischerweise in den 70er-Jahren, eben im Einsatz gewesen. Mhm. Und ansonsten eben auch wie alle anderen Loks halt mit derselben Technik. Also hier geht es jetzt wirklich nur um die Beschriftungsvariante. Es gab ja mal so ein bisschen Irritationen mit der Epochenbezeichnung dieser Loks. Und da mussten wir uns ja mal eines Besseren belehren lassen, weil ich hatte ja auch bei der VW Werkslog mal gesagt, das ist Epoche III. Vom Prinzip her stimmt es, aber es richtet sich eigentlich nach dem derzeitigen Zustand, wie Sie jetzt noch unterwegs sind. Danach wird die Epoche, beziehungsweise inklusive Lackierung, die Epoche bestimmt. Ja, richtig. Also letztendlich geht es darum, in welchem Farbgeld, beziehungsweise mit welchen Revisionsdaten und Anschriften die Lok eben bedruckt ist. Und in dieser Epoche wird die Lok dann eben eingeordnet. Genau. Natürlich ist es schon so, dass die Konstruktion ist eben halt aus der Epoche III. Aber auch eine Dampflok, die heute noch im Museumsbetrieb fährt, ist eigentlich traditionell logischerweise als Museumslog eine Epoche VI, auch wenn sie vielleicht schon vor dem Ersten Weltkrieg produziert wurde. So, als nächste Lok kommt wieder ein Farbtupfer, ein etwas dunkleres Modell ins Bild gefahren, liebe Freunde. Bis sie dann da ist, kann ich ja nochmal ganz kurz erklären. Die Maschinen, so wie sie hier sind, werden original ausgeliefert als AC-Lokomotiven. Genau, also der Schleifer ist immer schon vormontiert bei unseren Loks. Das sieht man hier, glaube ich, auch im Bild, dass die auf dem Wechselstromgleis fährt. Und für diejenigen, die natürlich auf Gleichstromgleisen fahren, die müssen in Anführungszeichen kurz den Schleifer wegmachen und einen Schiebeschalter umlegen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Das ist also wirklich eine ganz clevere Lösung, muss ich sagen. Es ist besser als bei manch einem anderen Anbieter gelöst. Diesen Schiebeschalter darf man halt nicht vergessen. Das war der Lok einer der Regentalbahnen. Genau, das ist jetzt sozusagen eine bayerische Lok. Also geht es jetzt in den Süden von Deutschland geografisch in der Epoche 4. Das ist auch ein sehr schönes Farbkleid, weil die Regentalbahn eigentlich ein recht tolles Logo eben hat, was seitlich auch sehr präsent aufgedruckt wurde. Und ist auch ein sehr gefährliches Farbkleid, denke ich. Und wenn wir natürlich schon für die Süddeutschen in Bayern was machen, dann dürfen wir auch die Hauptstadt nicht vergessen. Deine Heimatstadt. Die Mitteldeutschen dürfen wir jetzt nicht vergessen. Genau. Hier kommt eine Lokomotive der B. Haller. Genau, die Berliner Hafen. Das bedeutet, diese Lok ist eigentlich im Umland von Berlin zu Hause. Ja. Und ist eine Epoche 5-Lok und hat eigentlich auch ein relativ schönes Farbkleid. Und letztendlich mit diesem Klecks um den Kühlergrillraum rum auch nochmal dieses Oval betont. Und sie hat eine angedeutete fernbedienbare Kupplung ja dran. Also das heißt, diesen Kupplungsadapter, das würde ja bedeuten, dass hier der Lokbediener, der Lokführer sozusagen das Ding auch fernsteuern kann. Das ist richtig, ja. So, jetzt rücken wir das mal ein bisschen auf. Wir lassen sie jetzt an der Stelle stehen und kommen eigentlich, nachdem wir Ihnen die ganzen KG 230 vorgestellt haben, 2, 4, 6, 8. Genau, 8 Stück gibt es, ja. Da sollte jetzt dann doch für jeden was dabei sein, so wie wir hoffen. Es wäre jetzt vermessen, die Frage, kommt da noch mehr am KG 230? Warten wir es ab, warten wir es ab. Ich sehe es am... In jedem Video fragt der Frank immer, was gibt es denn noch? Erfreuen wir uns erstmal der Dinge, die da im Moment schon da sind. Das ist richtig, aber das Problem ist immer... Ich höre die Modellwaren am Hintergrund. Oh, frag doch mal, was hat er denn noch so auf der Pfanne für dieses Jahr? Was können wir uns noch freuen? Es wird sicherlich noch das eine oder andere kommen, aber wie immer kann ich darüber noch nicht sprechen. Das war der Standardsatz, liebe Freunde, das hat er schon zum Tag der Modellwaren am 2. Dezember mit uns gemacht. Ich frage immer, aber lass dich überraschen. Das ist eine gute Sache. Aber ich habe ja noch eines dabei. Eine gute Sache kommt noch. Genau. Last but not least, für die Leute, die sagen, ach Gott, olle KG 230 brauche ich nicht. Ich möchte ein Stück etwas Größeres, hätte aber trotzdem gerne eine Rangierkupplung. Auch diesen Menschen kann sozusagen geholfen werden. Hier kommt etwas relativ Besonderes jetzt noch reingerollt, wenn du es hinkriegst. Ich kriege alles hin. Und wenn ich es kaputt kriege, also irgendwie kriegt man ein. Und liebe Modellbahner, Sie werden sehen, Sie sind einigermaßen robust, die Lok. Selbst der Frank kriegt sie nicht sofort kaputt. Jetzt kommt es ins Bild gefahren. Eigentlich, wie man immer so schön sagt, der Lok-Klassiker schlechthin unter den Rangierlokomotiven. Etwas größere, etwas schwerere Rangierlokomotiven, die V60-B. Genau. Die V60 haben wir ja schon seit 2019 wieder im Programm und haben die auch nochmal aufgelegt in den bereits bekannten DB-Varianten. Und wir haben damals, also letztes Jahr, als wir das geplant haben, gleich eine neue Variante mitproduzieren lassen, nämlich eine Post-Variante. Weil wir haben festgestellt, dass es sehr viele Sammler auch gibt von diesem Gebiet. Und ja, die gute alte Bundespost hatte natürlich auch Lokomotiven zum Fahren ihrer Postzüge. War noch Geld da. Das kann ich jetzt so nicht kommentieren. Da wissen andere besser Bescheid. Ich kann allerdings nur sagen, dass diese Lok als Post-Variante ebenfalls eine sehr schöne Figur auf der Modellbahnanlage macht. Und wie gesagt, wir liefern jetzt seit Januar eben die Nachproduktion der V60-DB-Varianten wieder aus. Und da war es dann folgerichtig, dass wir diese eben auch gleich mitmachen und ankündigen. Genau. Das ist ja auch interessant, also jetzt so für den Spielbetrieb, so eine V60 als Deutsche Post-Variante, Bundespost-Variante, nicht Deutsche Post, Deutsche Post war DDR, Deutsche Bundespost. Wer also einen größeren Bahnhof hat, verleitet die Maschine natürlich ein bisschen zum Spielen. Wer in der Epoche 3, 4 unterwegs ist, wo die Bahnpostwagen noch dran hingen, wer also ein eigenes Bahnpost-Bahnhofsteil hat, kann natürlich da wunderschön die Züge zusammenstellen und rangieren. Rangieren deswegen, liebe Freunde, ich sage es gern nochmal, weil hier eine affengeile Kupplung dran ist. Genau, die Lok hat jetzt die genau gleiche Kupplung wie auch die KG 230, höhenverstellbar und auch kompatibel mit allem, was es an Kupplungen an dem Modellwagen so geben könnte. So, liebe Freunde, jetzt werde ich mal diese wunderschöne Lokparade wieder nach links aus dem Bild fahren. Sie dürfen das alle noch ein bisschen genießen. In der Zwischenzeit löcher ich mal den Jürgen weiter. Wir hatten ja irgendwo aufgehört mit dem ersten Lokmodell, was kam. Im Jahre 2010 und in den Folgejahren, halt, ich muss die mal hier nennen, in den Folgejahren kamen ja dann immer weitere Modelle. Dann muss ja wohl zu sagen die Baureihe 2015 ein Erfolg gewesen sein. Die 2015 war in der Tat natürlich ein sehr großer Erfolg für uns, das muss man schon dazusagen, mit dem wir so ehrlicherweise nicht gerechnet hatten und wir haben uns dann auch entschlossen, das ganze Thema letztendlich weiter zu beleuchten. Okay. So kam dann das eine oder andere dazu. Wir mussten auch sehr viel Lehrgeld zahlen, das muss ich auch dazu sagen, es hat nicht alles in der Folgezeit so gut funktioniert. Aber natürlich, man versucht sich zu verbessern, aus seinen Fehlern zu lernen und auch die Qualität Stück für Stück zu verbessern. Und ich glaube, darum geht es auch in der Modellbahn, wenn man sich sozusagen mit so vielen neuen Ideen etabliert, da bleiben ein paar Fragestellungen nicht aus. Und so hatten wir auch mit ein paar Hinterkrankheiten zu kämpfen, das kann ich ja auch offen mal zugeben. Insbesondere, weil ich der Meinung bin, wir haben die jetzt alle erfolgreich sozusagen erledigt. In der Folgezeit sind ja nun wirklich bei euch wieder viele wunderschöne Modelle entstanden, seit 2010. Es waren Dampfloks dabei, es waren Wagen dabei, wobei das Stichwort Wagen kommt gleich nochmal. Ihr habt aber auch in der ganzen Zeit ja erfolgreich an euren Decodern gebastelt. Und das ist ja eigentlich auch so ein Markenkern von ESO. Ja, richtig. Also es ist sehr schwierig, sozusagen die Balance zu halten zwischen dem rollenden Material, was natürlich die gemütete Modellbahner tendenziell etwas mehr bewegt, weil es ja letztendlich das Kernthema des Hobbys ist. Aber auch die Elektronik, von der wir ja herkommen und ich persönlich ja auch mit meinen Schiffsmodellen nicht zu vergessen, das nicht zu vernachlässigen. Wobei, wenn wir schon dabei sind, muss man natürlich sagen, die Chipkrise hat uns schon sehr beschäftigt die letzten zwei Jahre, wie ich glaube auch jeden unserer Kollegen. So, dass man jetzt auch sehen kann, dass wir, was die Elektronik angeht, erstmal die Neuheitenflut etwas gebremst haben. Sehr viele Sachen sind letztendlich fast fertig bei uns in der Schublade. Wir können sie aber eigentlich nicht auf den Markt bringen, weil wir die Bauteile nicht herkriegen, beziehungsweise keine brauchbaren Preise dafür haben, sozusagen aufrufen können. Das war jetzt das Stichwort, auf den Markt bringen, liebe Freunde. Ich kann Ihnen ein bisschen die, ich will nicht sagen Angst nehmen, aber zumindest die freudige Botschaft machen. Alle Loks, die wir hier vorgestellt haben, sind ab 1. Februar verfügbar. Ja, richtig. Die Loks sind bereits alle in unserem Lager und geprüft und freuen sich darauf, endlich das neue Heimat-BW sehen zu dürfen, was Sie Ihnen hoffentlich einrichten werden. Das ist natürlich die erste und gute Nachricht und die zweite kommt gleich hinterher. Wir machen in der Neuheitenvorschläge natürlich noch ein bisschen weiter mit einem klitzekleinen Wermutstropfen. Es sind nur Grafiken. Ja, und zwar geht es jetzt um unsere Silberlinge, beziehungsweise N-Wagen, wie sie ja technisch richtig heißen. Also wieder ein Klassiker. Tatsächlich haben wir die schon erfolgreich produziert und auch verkauft und wir sind auch schon lange nicht mehr lieferfähig gewesen bei diesen Wagen, sodass wir jetzt hinter den Kulissen eben an einer Wiederauflage gearbeitet haben. Die ist jetzt letztendlich auch in der Produktionsvorbereitung. Und wie es halt dann so ist, beim Wagenmodell ist es nicht so wie bei den Loks, dass man sozusagen mal einen Schuss macht, produziert und wenn es dann nicht langt, dass man dann einfach in Anführungszeichen nachproduzieren kann. Aufgrund dessen, was das Ganze auch finanziell in ganz anderen Rahmenbedingungen hat, sind die Mengen, die man sozusagen produzieren muss oder im Werk bestellen muss, deutlich höher. Das heißt, ich versuche immer sinnvolle Mengen und Farbvarianten dann zu sammeln und dann eine große Bestellung wie dem Werk abzugeben, damit wir die ganze Teile und Spritzgussproduktion eben auch in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen durchführen können. Und da wäre jetzt das erste Wagenmodell, was du bringst? Also deswegen haben wir gesagt, wir produzieren jetzt gleich noch ein paar Neuheiten mit, mit den bereit bestehenden N-Wagen. Also für die Leute, die sie bestellt haben und auf Silberlinge warten, zum Beispiel Epoche 3, 4 oder auch Rotlinge, also in Epoche 6, die sind ja alle momentan nicht verfügbar, die kommen alle wieder und zwar gemeinsam mit den jetzt neu vorgestellten Varianten. Aussichtlich drittes, viertes Quartal. Also ich gehe davon aus, dass die im vierten Quartal vor Weihnachten definitiv bei Ihnen sozusagen zu Hause sein werden. Ja und wir fangen jetzt mal an mit einer, das sieht man schon im Hintergrund, mit einer grünen Variante. Das ist eine Auslandsvariante der Luxemburger Eisenbahn CFL. Die hatten nämlich auch tatsächlich diese Waggons aus Deutschland erhalten und natürlich entsprechend umlackiert. Und wie ich ja vorhin schon sagte, wir haben sehr viele Freunde von Epoche eben auch in den Benelux starten und in Frankreich, sodass wir auch diese schöne Wagenvariante natürlich als Set anbieten. Und zwar zweimal ein zweite Klasse Wagen und einmal eine erste Klasse Variante. So, dann kommt vier Wagen mit Steuerwagen hinterher, der GFF. Es ist ja ein sehr ungewöhnlicher Name, GFF. Ja, die GFF, die Gesellschaft für Fahrzeugtechnik, ist ein Unternehmen, welches letztendlich ausgemusterte Silberlinge von der DB gekauft hatte, umlackiert hat, wie man jetzt hier eben sieht und wollte die natürlich dann vermieten. Was heißt, wollte? Letztendlich hat man es auch vermietet, weil letztendlich war es so, die DB war der Meinung, sie braucht gar nicht mehr so viele Wagen, weil ja die Triebfahrzeuge kommen. Jetzt haben sich aber doch all jeweil einige verspätet, beziehungsweise aufgrund technischer Fragestellungen sind nicht so viele im Einsatz, wie es die DB gerne hätte, sodass man jetzt letztendlich die Wagen wieder zurückmietet, um sozusagen Verkehre anbieten zu können. Das ist mal ein interessantes Geschäftsmodell. Also ich könnte jetzt aus dem Stillstandsmanagement der Deutschen Bahn mir Silberlinge aneignen, spritze die um und vermiete die wieder an die Deutsche Bahn zurück. Das finde ich cool, das mache ich. Sagen wir mal so, es war sicherlich zu dem Zeitpunkt, als man die verkauft hat, nicht klar, dass man sie doch noch benötigt. Aber insofern, ja, letztendlich ist das eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Gut, das lassen wir mal lieber jetzt so stehen. Es gibt natürlich noch ein weiteres. Wir haben noch ein paar andere Farbvarianten. Das ist jetzt die Trie. Genau, das ist im Prinzip dasselbe Geschäftsmodell. Das ist die Train Rental GmbH. Auch die hat die Wagen aus dem Stillstandsmanagement. Genau, übernommen und hat sie wieder angeboten. Und auch da kann man ein wunderschönes Set draus machen, was tatsächlich auch im süddeutschen Raum sehr, sehr häufig jetzt unterwegs ist und im Regionalverkehr. Wir haben hier ein komplettes Set, bestehend aus zwei zweite Klasse und einen AB, also erste zweite Klasse Wagen und einen Steuerwagen, in dem Fall Wittenberger. Und ja, ist ein sehr moderner Epoche 6 Nahverkehrszug letztendlich. Das wäre ja genauso gleich wie die GFF, wäre ja auch ein Epoche 6 Zug sozusagen. Weil er dann, außer jetzt die CFL-Wagen. Die CFL-Wagen sind tatsächlich aus der Epoche 4. Und was wir auch noch haben, last but not least, das ist jetzt eigentlich etwas, ja, heute sagt man ja ganz modern Zug-Stadt-Stadt-Flug. Man will ja den Inlandsflugverkehr letztendlich auch aus Umweltschutzgründen reduzieren. Aber tatsächlich gab es auch einen sogenannten Flughafen-Express, ihr Zug zum Flug. Auch da haben wir uns entschlossen, das Set aufzubauen oder halt auch sozusagen anzubieten. Das ist quasi zum Flughafen in Frankfurt gefahren. Das besteht allerdings nur aus drei Wagen ohne Steuerwagen. Ohne Steuerwagen. Also ein lockbespannter Zug ganz normal. Sowieso mit lockbespannt, aber halt eben ohne Steuerwagen. Ohne Steuerwagen, genau. Also dann musste man die Lok wieder umständlich umhängen. Lässt mich jetzt so ein bisschen ketzerisch die Frage offen, man war früher schon ein bisschen weiter, glaube ich. Ja, ich glaube, dass sich alles irgendwie manchmal auch ein bisschen wiederholt, beziehungsweise vielleicht auch in eine Vergessenheit gerät, was mal war. Und wenn es dann lang genug in Vergessenheit gerät, dann wird es wieder als neu verkauft. Vielleicht in etwas anderer Form. Aber tatsächlich den Lufthansa-Express gibt es ja immer noch von Stuttgart zum Beispiel. Nach Frankfurt nehme ich den selber sehr oft. Also steige quasi in Stuttgart in den Flughafen ein, um mal einen Politiker etwas abwandlend zu zitieren. Aber diese Silberlinge sind sicherlich auch interessant für Leute, die letztendlich auch modernen Nahverkehrsbetrieb nachstellen wollen. Und auch von der Farbgebung her bringt es halt meines Erachtens auch ein bisschen Farbe in die Modellbarung. Man kann eigentlich dazu abschließend sagen, ein Comeback der Silberlinge nur in anderen Farben. Die Silberlinge leben noch. Ja, man kann tatsächlich sagen, sie leben sicherlich länger, als der eine oder andere gedacht hätte. Das hat mich auch erstaunt. Na lieber Jürgen, da brammt die obligatorische Frage. Gibt es noch was, was du mir da verschwiegen hast? Also im Moment kann ich noch nicht mehr sagen. Wir haben wie gesagt einiges noch im Petto für dieses Jahr. Aber auch was Elektronik angeht, die Chipkrise ist ja wohl angeblich beendet. Also wir hoffen es zumindest alle, dass wir wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser geraten und letztendlich auch etwas besser planen können. Und sobald wir diese Gewissheit haben, werden wir auch in dem Bereich wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und das kann auch unterjährig sein. Also ich möchte mich da jetzt nicht unbedingt festlegen. Und ja, wir haben ja noch die Messe in Dortmund und in Leipzig. Da wird es schon das eine oder andere noch geben. Bleiben Sie sozusagen auf Empfang. Bleiben Sie schön neugierig, liebe Freunde. Sie haben es eben aus berufenem Munde gehört. Wir dürfen uns also dieses Jahr noch auf einiges freuen. Ja, Dortmund steht als nächstes an. Tatsächlich steht für uns sogar die Messe in Mannheim an. Die ist ja ganz neu, statt der Spielwarenmesse, auf der wir nicht ausstellen werden. Das ist auch ein Novum, kann man vielleicht an der Stelle mal sagen. Wir sind seit 1999 eigentlich immer auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gewesen. Aber die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass die Bedeutung dieser Messe zumindest für uns in der Modellbahn meiner Meinung nach und insbesondere für uns als ESO nicht mehr den Stellenwert hatte, sodass sich auch die Kostensituation eigentlich nicht mehr darstellen ließ. Genau, in der Form. Und wir wollen letztendlich unseren Fokus auch auf Publikumsmessen legen, wo wir erstens mal mehr zeigen können und zweitens die Modellbahne auch direkt erreichen. Und wir scheuen uns auch nicht, da in ihren kritischen Fragen sozusagen Rede und Antwort zu stehen. Das ist für uns auch immer ganz wichtig. Und so, dass wir dieses Jahr tatsächlich im März mit Mannheim anfangen und dann Dortmund und sozusagen Friedrichshafen und Leipzig. Also es gibt genügend Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Freuen wir uns also auf die Publikumsmessen mit ESO und natürlich auch mit vielen anderen Herstellern, liebe Freunde. Sie haben es ja gerade gehört und ich denke, das ist nicht nur die Meinung von Jürgen Lindner, dass die Publikumsmessen, Mann, wer ist rauskriegen, wahrscheinlich doch einen höheren Stellenwert haben als solche Fachmessen, die dann auch vom Preis her sehr fraglich sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Jürgen, dass du uns diese Wahnsinnspalette hier, das ist also unglaublich, was hier steht, vorgestellt hast. Ich denke, dass für viele, was dabei sein wird, die gesagt haben, auf die Lok habe ich schon lange gewartet, das ist toll. Und wir freuen uns natürlich auf das, was kommt. Das war also für heute unsere Neuheitenpräsentation für dieses Jahr von ESO. Sie haben auch gehört, dass noch viel, viel andere Sachen hinterher kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das vorzustellen und dem Publikum natürlich auch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit und deine nette Moderation. Es war mir wie immer eine Freude. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war es, wo immer Sie uns zugeschaut haben, liebe Freunde. Haben Sie viel Spielspaß mit diesen neuen, wunderschönen KG 230 Modellen oder die V60 Deutsche Bundespost. Jedenfalls wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den Modellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Frank Puttich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 느� maskt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.